Wusstest du, dass es eine Methode gibt, die dir dabei hilft, mit allen möglichen unangenehmen Gefühlen fertig zu werden? Angst, wie bei Tamara, die vor Prüfungen kaum schlafen kann. Ärger, wie bei Stefan, der sich oft wütend und ohnmächtig fühlt, wenn sein Chef ihm zusätzliche Arbeit reindrückt. Oder Liebeskummer, wie bei Helena, die vor kurzem von ihrem Freund verlassen wurde. Was dir helfen kann, ist, tadaa, das expressive Schreiben. Forscher aus aller Welt haben zu dieser Methode eine Vielzahl von Experimenten gemacht mit erstaunlichen Ergebnissen. Lass uns kurz zusehen, wie sie dabei vorgegangen sind. Die Wissenschaftler haben Personen in zwei Gruppen eingeteilt und ihnen fünf Wochen lang eine sehr ähnliche Aufgabe gegeben. Beide Gruppen mussten zum Beispiel einmal pro Woche für 15 Minuten über etwas schreiben. Gruppe 1 erhielt die Anweisung, über ihre schlimmsten Gefühle zu schreiben. Gruppe 2 schrieb über eher oberflächliche Themen, zum Beispiel darüber, wie sie ihre Zeit einteilen. Die Gruppe, die über ihre schlimmen Gefühle schrieb, war während des Schreibens ziemlich aufgewühlt. Aber schon sehr bald nach dem Schreiben ging es ihnen deutlich besser. Es ging ihnen aber nicht nur besser, es gab darüber hinaus Ergebnisse, die fast schon unglaublich klingen. Prüfungsängstliche, die zehn Minuten über ihre Ängste schrieben, waren in der Prüfung weniger nervös und erzielten sogar bessere Noten. Stellensuchende fanden rascher eine Stelle. Es lassen sich sogar Effekte aufs Immunsystem feststellen. Menschen, die ein paar Mal über ihre Gefühle geschrieben hatten, waren seltener krank und weniger gestresst. In einer Untersuchung konnte sogar gezeigt werden, dass diese Effekte auch ein Jahr nach der Schreibphase noch anhalten. Wenn wir Erlebnisse, Gedanken und Gefühle aufschreiben, gewinnen wir Distanz dazu. Manchmal können wir auf diese Weise sogar überbelastende Erlebnisse aus der Vergangenheit hinwegkommen. Momentane Stresssituationen bedrücken uns weniger, wenn wir sie zu Papier bringen. Während des Schreibens können wir schwierige Situationen innerlich sortieren und Lösungen entwickeln. Probiere es doch einmal aus. Und so gehst du vor. Suche einen ruhigen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Nimm einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand. Stelle auf dem Handy den Timer auf 10 Minuten, starte den Timer und schreibe sofort drauf los. Halte einfach alles fest, was dich beschäftigt, belastet oder aufwühlt. Achte nicht auf die Rechtschreibung oder die Satzstellung. Das darf ruhig chaotisch aussehen. Die Abschlussprüfung ist ja schon in drei Wochen. Wie soll ich das nur schaffen? Das ist ja mega viel. Boah, meine Eltern killen mich, wenn ich die Prüfung in den Sand setze. Aber ich kann das alles nicht. Mist, warum habe ich nicht früher angefangen zu lernen? Boah, wie stehe ich denn da, wenn ich das nicht packe? Oh mein Gott. Stefan schreibt. Boah, wie ich meinen Chef hasse. Ich könnte ausrasten. Jetzt sitze ich hier schon wieder bis in alle Ewigkeit am Schreibtisch. Warum drückt er mir immer so viel Arbeit rein, blöd Mann? Wieso checkt er das nicht? Jetzt komme ich schon wieder zu spät nach Hause. Meine Freundin wird mega sauer sein. Warum kann ich mich nicht durchsetzen? Bin so ein Waschlappen. Tamara fühlt sich nach dem Schreiben ruhiger. Sie merkt auch, dass einige ihrer Gedanken ganz schön übertrieben sind. Stefan hat seinen Text danach einfach wieder gelöscht. Er wollte sicherstellen, dass das niemand liest. Auch er fühlt sich ein wenig gefasster und ist überrascht, als er zwei Tage später den Mut findet, mit seinem Chef in Ruhe über das Thema Überstunden zu sprechen. Wie ist das bei dir? Was stresst dich momentan? Tu dir etwas Gutes und schreib es dir von der Seele. Bis zum nächsten Mal.